Hallo liebe Artipeler, es ist Montagmorgen fast um sieben vorbei und wir haben zwei spannende Übergabewochen hinter uns. Dementsprechend ist es an der Zeit für den Tobi und mich, den Staffelstab zu übergeben und somit auch das Ende unserer Amtszeit. Davor wollen wir jetzt noch recht herzlich bei euch allen bedanken. Das Amtsjahr war für Alex und mich wirklich prägend. Wir konnten über unseren Horizont hinaus wachsen, haben den MTPV hoffentlich gut geführt. Wir denken ja und wollen diesen Staffelstab jetzt an unsere Nachfolger übergeben, damit die genau die gleichen Erfahrungen einfach kriegen können, wie wir in diesem Jahr hatten. Also ganz offiziell, bitteschön, viel Spaß und am Amtsjahr. Guten Morgen aus unserer Seite, mein Name ist Colin, ich komme aus der Geschäftsstelle München und ich freue mich auf ein sehr spannendes, erfolgreiches hoffentlich auch und prägendes Jahr mit uns drei. Ja, ich bin die Claudia, komme aus der Geschäftsstelle Gießen und bin auch schon sehr gespannt auf das Jahr und freue mich mit diesen beiden wunderbaren Jungs dieses Jahr zu erleben. Ja, danke Tobi, danke Alex. Ich bin der Friedrich Mikkel aus der Geschäftsstelle Chemnitz und ich schließe mich dem ganzen an auf ein erfolgreiches Jahr.